Hey Leute, ich glaube hier brennt's. Hat jemand eine Idee, was wir tun können? Hier, wir nehmen das Wasser und löschen sofort. Jetzt wollt ihr uns auch noch unser Wasser wegnehmen und vorschreiben, was wir damit tun sollen? Wir könnten auch erstmal versuchen, mit E-Fuels zu löschen. Hey, lasst uns doch erstmal darüber reden, ob es vielleicht auch eine friedliche Lösung für das Ganze gibt. Also wir halten uns raus.